So, hallo, einen wunderschönen und gesegneten Sonntagabend, wieder einmal auch hier in dieser kleinen Kirche. In VR. Ja, auch wieder ein interessantes Thema. Aber nun fangen wir mal an. Ja, lieber Vater und Herr, danke dir. Segne die Zeit, Herr Jesus. Segne die Ohren, die hören und überall, wo sie dann sind. In sämtlichen Plattformen, wo das Video dann zu sehen ist. Jesus, segne die Herzen, Herr. Lass dein Wort in ihre Herzen fallen. Die Menschen, die noch gar nicht an dich glauben, dass sie zum Glauben finden. Und diejenigen, die schon glauben, dass sie gestärkt werden und weiter wachsen. Zu dir hin, Herr Jesus. Und in dir, Herr Jesus. Amen. Und alles im Vater ist. Durch den Sohn. Amen. Ja. Dann fangen wir mal an mit der Tageslosung. Also für den Sonntag, den 28.04.2024. Wie schnell die Zeit vergeht, nicht wahr? Haben wir schon bald wieder, ja bald, fast bald ist das wieder ein halbes Jahr rum. Also im Psalm 86, Vers 11. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also noch einmal, Psalm 86, Vers 11. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und der Lehrtext dazu, das steht im Philippa 2, Vers 9-11. Gott hat Jesus Christus erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen. Alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat Jesus Christus erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen. Alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Welch stärker Text. Und da fangen wir mal gleich an mit dem ersten Lied. Immanuel, 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 Immanuel Immanuel, Immanuel, God mit uns, Immanuel, Immanuel, God mit uns. Frohe Botschaft zu bringen, dass wir frei und erlei sind in dir, dass wir in dir überwinden, dein Charakter in uns immer mehr. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Du bist auch für uns gestorben, am Kreuze es ist vollbracht. Neues Leben erworben, durch dein Tod hast du Leben gebracht. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, 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 Gott mit uns. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Immanuel, Gott mit uns. Hat auch Jesus gesagt, da wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das können natürlich mehr sein. Aber da ist der Herr mitten unter ihnen. Und das lesen wir auch noch in der Bibel. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Aber nicht nur da. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, wohnt er durch seinen Heiligen Geist. Auch in einem jeden gläubigen Herzen. Da wohnt er drin. Denn Jesus hat gesagt, ich stehe an der Tür, an der Herzenstür und klopfe an. Und wer mir aufmacht, da werde ich hineinkommen und Wohnung bei ihm machen. Ich und mein Vater. Und werde mit ihm das Abendmahl halten. Tja, siehst du, selig sind, die berufen sind zum Abendmahl des Lammes. Gott mit uns. Wie an eines der Lieblingsstellen, die ich ja immer wieder auch immer wieder auch bringe. Prüfe dich, ob Jesus Christus in dir ist. Prüfe das. Das steht geschrieben. Prüfe euch doch, ob Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, ihr seid untüchtig. Also. Immanuel. Gott mit uns. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht einfach wunderschön? Und ja, die Zeiten sind schwierig. Und gerade auch in der jetzigen Zeit. Es wird immer schwieriger. Aber das ist vorausgesagt. Das ist alles vorausgesagt. Fangen wir mal an mit dem Kapitel Philipper 2. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt. Gleiche Liebe habt. Einmütig auf das Eine bedacht seid. So viel zur Vielfalt, nicht wahr? Wir sind aus verschiedenen, wir sind aus verschiedenen, ja, Kreisen gekommen. Der eine so, der andere so. Die einen sind arm, die anderen sind reich. Die einen dick, die anderen dünn. Aus unterschiedlichen Kulturen. Und ich höre dann immer wieder den Spruch, Gott liebt die Vielfalt. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Denn in einem Wald ist jeder Baum anders und einzigartig. Und sogar jedes Blatt an den Bäumen ist einzigartig. Kein Blatt gleicht dem anderen. Und so auch der Mensch. Alle Menschen sind jeder für sich einzigartig. Obwohl wir alle ähnlich ausschauen, ist doch jeder einzelne einzigartig. Aber im Geiste sollen wir eins sein. So wie der Vater und der Sohn eins sind, so sollen auch wir eins sein. Und er, Jesus, mit uns eins. Denn wir sind der Leib des Herrn, wo er das Haupt ist. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und der Barmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid und die gleiche Liebe habt. Einmütig und auf das eine Bedacht seid. Und tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, das wird von den meisten gar nicht richtig gesehen. Der natürliche Mensch, der strebt selbst danach, sich selber zu erhöhen. Erst die Karriere. Das sagt schon alles, Karriere. Man macht Karriere in der Firma. Man versucht, vor den anderen besser darzustellen. Dass man sich selber besser darstellt. Dass man herausragt. Dass man vom Chef gesehen wird. Das ist das Natürliche im Menschen. Und wie viele Geschwister gehen in die Kirche zum Gottesdienst und leben genauso. Sie möchten gesehen werden. Sie möchten gesehen werden. Sie möchten Aufmerksamkeit für sich selbst. Oder kannst du dir erklären, warum oftmals viele so piekfein geschniegelt und gestriegelt in den Gottesdienst gehen und doch gar nicht wirklich mit dem Herzen bei Gott sind? Vielleicht, weil sie nur sich selbst zeigen möchten. Aber so sollen wir nicht sein. Zum allererst unser Sinn auf den Herrn. Und dann sollen wir den anderen, den anderen Bruder, die andere Schwester höher achten als uns selbst. Stell dir vor, der Nachbar, der neben dir sitzt oder vor dir ist oder sich hinter dir befindet. Sie sind höher und besser gestellt als wie du. So sollst du denken. Denn wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wir sollen einander höher achten von dem anderen als uns selbst. Was hat Jesus getan? Weißt du, die Apostel, die haben damals immer wieder auch so Fragen gesagt. Ja, wer ist der Größte unter uns bei dir? Was sind das für Fragen? Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, wie die kleinen Kinder, dann kommt ihr gar nicht rein ins Reich Gottes. Die Kinder, die zu ihm kamen, zum Herrn kommen, derer ist das Reich Gottes, hat der Herr Jesus gesagt. Jesus ist auf die Knie gegangen. In der Runde seiner Apostel. Und hat ihnen die Füße gewaschen. Und der Petrus, der Petrus war ganz entsetzt. Der hat gesagt, nein, was tust du? Petrus hat ja gewusst, das ist der Messias. Das ist der Petrus, der Messias. Er ist der heilige Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er hat das gewusst. Aber was macht der Herr Jesus? Er geht vor dem Petrus auf die Knie und wäscht ihm die Füße. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Herzenseinstellung. Das heißt nicht, dass wir in unseren Gottesdiensten jetzt überall einfach mal so Fußwaschungen durchführen sollen. Nein. Es geht um die Herzenshaltung, die der Herr damit verbindet. Er sagt, wenn ihr solches tut und wisst, selig seid ihr es. Verstehst du? Es bedeutet, wir sollen einander dienen. Und zwar wirklich dienen. In allen Stücken. Und zwar aus Liebe. Und die Liebe trachtet nicht nach eigenen, sondern auf das Wohl des Anderen. Einander dienen. Dienet einander. So werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Das Gebot der Liebe. Die Liebe. Ja. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, gottgleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er niedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das, was in der heutigen Tageslosung steht. In den Namen Jesus sollen sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Es ist ein sehr schönes Wort. Wisst ihr, ich habe da mal so ein paar Sachen herausgenommen. Also es ist Philippa 2, Verse 9 bis 11. Also direkt ab Vers 9. Das ist an dieser Stelle. Ja, genau. Er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jetzt ein paar Querverweise dazu, die genau darauf ziehen. Im Jesaja 52, Vers 13 steht, siehe mein Knecht, er wird weißlich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament auf Jesus hin. Siehe mein Knecht, er wird erhöht sein und sehr hoch erhaben. Und Jesaja 53, Vers 12 steht, darum will ich ihm große Menge zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Rauber haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er viele Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebeten hat. Oh, welch starkes Wort. Ein Wort aus dem Alten Testament. Also ich würde euch wirklich empfehlen, euch genau das auch mal in einer privaten Lektüre anzuschauen, zu lesen. Gerade, was im Jesaja Kapitel 53 geschrieben steht. Das so von Jesus zu lesen, das merkt ihr, das spürt ihr innerlich. Er hat sein Leben in den Tod gegeben. Er wurde den Übeltätern gleichgerechnet. Er hat viele Sünden getragen und hat für die Übeltäter gebetet. Ja, er sagte an einem Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz stark. Ich bitte euch, lest euch mal in Jesaja Kapitel 53 an. Ihr werdet feststellen, hier ist wirklich ganz, ganz stark Jesus präsent. Und im Daniel 7, Vers 14 lesen wir, der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht. Und sein Königreich hat kein Ende. Ja, Matthäus 28, Vers 18, 3. Und dann, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, Daniel 7, Vers 14 habe ich noch ein bisschen besser beleuchtet. Und zwar hier an der Stelle, 7 bis 13. Ich sah in diesem Gesicht des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschen Sohn bis zu dem Alten und ward vor ihn gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht und sein Königreich hat kein Ende. Ja und hier auch ein paar Querverweise, Lukas 1, Vers 33. Und da wird, wisst ihr, das ist etwas, das hat da eine, ich glaube das war Simeon, ja, als Jesus noch ein Baby war, da hat er den Herrn gepriesen und er hat dann gesagt, und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich und sein Königreich wird kein Ende sein. Und in Johannes 3, Vers 35. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Johannes 12, Vers 34. Da antwortete ihm das Volk, wir haben im Gesetz gehört, dass Christus ewiglich bleibe und wie sagst du denn, der Menschensohn muss erhöht werden. Wer ist dieser Menschensohn? Genau das, was in Daniel steht. Und das haben sie nicht erkannt. Sie haben ihre, sie haben täglich, ja, ja, nein, aber sie haben jede Woche auf jeden Fall in der Tora gehört. Und sie haben viel studiert in der Tora, in dem, was man sagt, Altes Testament, in den prophetischen Büchern, sie haben viel darin studiert. Und Jesus ist gekommen und gesagt, er selber ist der Menschensohn. Aber sie haben es nicht erkannt. Und sie werden auch von vielen Menschen, von vielen Juden, die herausgerissen sind aus dem Baum, aus dem edlen Baum, weil sie den Herrn nicht erkennen, weil sie nicht an ihn gläubig sind. Und sie können wieder eingefropft werden, wenn sie sich bekehren. Und die, die übrig bleiben werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, die werden mit einmal ihn erkennen. Aber bis jetzt ist den meisten einfach eine Decke vor den Augen, sodass sie ihn nicht sehen. Sie fragen ihn, der Menschensohn muss erhöht werden. Wer ist denn dieser Menschensohn? Naja, in einem ihrer prophetischen Bücher steht geschrieben. Ich sah in diesem Gesicht des Nachts und siehe, da kam einer in das Himmelswolken wie eines Menschensohnes. Bis zu dem Alten und der gab ihm dann die Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute und Zungen dienen sollten. Und ein weiterer Querverweis, 1. Korinther 15, Vers 24. Und danach das Ende. Wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird alle Gewalt und alle Obrigkeit und Gewalt. Gleich dann weiter auf 27. Denn er hat ihm alles unter seine Füße getan. Wenn er aber sagt, dass er alles untertan sei, so ist offenbar, dass ausgenommen ist, dass ihm alles untergetan ist. Ja, wisst ihr, das ist ein Wort. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber ich, wisst ihr, als ich das damals zum ersten Mal gelesen hatte, war ich schon irgendwie traurig. Ich war auch ein bisschen, in einer gewissen Weise auch entsetzt. Sagt doch Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Aber wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Jesus schenkt uns, er schenkt dir, er schenkt mir, das ewige Leben. Und dann habe ich damals, als ich dann zum Glauben kam, dann gelesen, und ganz am Ende, dann wird er das Reich Gott und dem Vater überantworten. Und das wird alles dann dem Vater überantwortet werden. Und am Ende wird nur noch einzig Gott sein. Und ich habe mir gedacht, ja dann wird es doch wohl irgendwann enden. Am Ende wird nur noch Gott übrig sein. Aber zu der Zeit hatte ich das nicht verstanden. Und ich bete darum, ich hoffe, dass ihr es versteht. Wir sind Teil von ihm. Und er ist Teil von uns. Wir sind Teil von ihm. Und er gab seinen Heiligen Geist als Anteil, als Anzahlung. Wir gehören zu ihm. Wir gehören zu dem Leib des Christus. Wir sind Teil des Leibes des Christus. Wir gehören zu ihm. Wir sind Bausteine in seinem Tempel, und er ist mittendrin. Wir sind Glieder in seinem Leib, und er ist das Haupt. Und am Ende wird nur noch Gott sein. Und alle, die zu Gott gehören, werden dann in Gott sein. Mit ihm verwoben, verschmolzen, ihn anbetend für alle Zeit. Er ist die Liebe. Und wir werden völlig in Liebe sein. Und wir werden völlig in Liebe sein. Dann wird das Böse aufhören. Dann wird die Sünde aufhören. Und dann wird alles offenbar. Und die Liebe, Liebe, die Liebe, und einzigartig, und immerfort sein. Und du mittendrin, beim Herrn, alle Zeit. Etwas unbeschreiblich Schönes wird dann sein. Darum meine Geliebten. Versteht ihr? Der Paulus sagt immer Geliebte. Weil er sie liebt. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Nicht allein in meiner Gegenwart. Sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es. Denn in euch da sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen wirkt. Nach seinem Wohl gefallen. Ja. Eine ganz wichtige Sache. Sollten wir uns noch furchten? Oder einfach nur ehrfurchtig sein? Schau dich doch an. Wie sieht es denn aus in deinem Christenleben? Läuft alles schnurstrack so, wie es da steht in der Bibel? Ist alles super? Wie würde Paulus über dich heute reden, wenn er dich sehen würde und so wie du lebst? Würde er dann auch sagen, oh, ich habe große Freude an dir. Oder gibt es nicht noch eine Menge Baustellen, wo du dann, ja, wo du manchmal denkst, wie soll ich dann je das schaffen? Und dann lesen wir, Gott ist es, da das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohl gefallen. Manchmal haben wir nicht mal die Kraft, auch nur was zu wollen. Aber Gott kann das schenken. Er kann uns das Wollen und das Vollbringen schenken. Darum ist es wichtig, auch Gott zu fürchten. Dass er es uns schenkt, dass wir es ernst nehmen, dass wir das nicht einfach so drüber hinweg gehen. Ach, das ist doch einfach, naja, nein, dass wir Gott wirklich mit Ernst bitten, dass er uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Das ist das, was ich vorhin meinte. Sind wir unsträflich und lauter, untadelige Kinder Gottes, Inmitten, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem wir leuchten als Lichter in der Welt. Das ist das, was ich meine. Würde Paulus so über dich heute auch reden? Unsträflich und lauter und untadelig? Und das inmitten dieser Verrückten, dieser verkehrten Welt? Leuchtest du da wie ein Licht in der Welt? Darum sollen wir den Vater im Himmel bitten, dass er uns wirklich das Wollen und das Vollbringen schenkt. Dass er uns die Liebe zur Wahrheit allerzeit schenkt und die Kraft dazu, danach zu trachten. Trachtet zuerst nach dem Reichen Gottes, dann wird uns alles weitere zufallen. Und dass er uns wirklich auch immer mehr die Erkenntnis Jesus in uns wachsen lässt. Denn ja. Ich bin nicht unsträflich, weil ich selber ein unsträflich dauernd alles gut und richtig mache. Oder untadelig, weil er so ein Saubermann wäre. Ich möchte mich hier raufberufen, auf dem ersten Korinther 1, Vers 30. Durch ihn, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und so hängen wir an dem Herrn. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ja unsträflich und lauter und untadelige Kinder inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort der Wahrheit darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, nur vergeblich gearbeitet habe. Und jetzt spricht Paulus da auch von sich. Du weißt ja, denn aber ich bin wie ein Prankopfer ausgegossen. Sagt er auch hier, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ihr ermutigt werdet, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe um sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Ja, das ist etwas, was mir auch oft in den Sinn steht. Ich sehe die Dinge halt nun mal anders als viele, viele Geschwister. Da gibt es verschiedene Dominationen, könnte man sagen, oder verschiedene Strömungen, die in diese Richtung gehen und in diese Richtung. Es gibt die Freikirchler, die evangelischen Landeskirchen, es gibt die sogar katholischen Kirchen. Es gibt verschiedene Strömungen, verschiedene Strömungen. Aber es gibt nur eine Lehre. Und nur eine Lehre kann richtig sein. Es kann nicht sein, dass alle miteinander Recht haben. Die einen glauben an die Vorentrückung, die anderen dann danach, die anderen an dieses. Ich habe tatsächlich sogar Leute gehört, die glauben an gar keine Entrückung. Aber es können nicht alle Recht haben. Aber wisst ihr, was in der Bibel steht? Nicht alle haben die gleiche Erkenntnis. Die einen, also gerade auch, wenn man zum Glauben kommt, die haben erstmal nur den Herrn erkannt, den Vater gesehen. Sonst wissen die erstmal noch nichts. Das muss ihnen dann alles wie die Milch gegeben werden. Ja. Versteht schon? Nicht jeder steht auf derselben Stufe der Leiter, sondern die einen haben früher begonnen und die anderen später. Darum ist das Erkenntnis Stückwerk. immer nur Stückwerk. Wir sehen nicht alles mit einmal sofort, sondern Stückchen weiße. Und dann aber am Ende, wenn wir dann beim Herrn sind, dann werden wir mit einmal alles erkennen. Dann wird das einfach klar sein. Ja. Und darum ist es so wichtig. Ja. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung. Das ist, wisst ihr, ich habe auch manchmal so diesen Eindruck, weil ich habe nämlich oft, ich sehe die Dinge oft anders als wie die anderen, weil für mich ist das so präsent in der Schrift. Und ich wünschte mir, ja, aber es gibt, ja, naja, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das hat, das hat der Herr schon damals gesehen und hat den Paulus das aufschreiben lassen. Sie suchen alles das ihre. Über wem, über wem redet denn der Paulus das? Über wem sagt der Paulus das? Sie suchen alle das ihre. Das sagt er nicht über die Heiden. Das sagt er über die, die sich zu Jesus Christus bekennen, in der damaligen Gemeinde. Und jetzt, wenn das damals schon war, wie ist es dann heute? Diesen hoffe ich aber nun sofort, denn wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Ephraubodiers zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der euch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, dass ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Tja, was ist das wohl gewesen sein? Aber es ist halt wichtig, wisst ihr? Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander höher achten als uns selbst. Aber wir kämpfen immer noch in unseren irdischen Leibern. Ja. Und wir machen noch Fehler. Aber unser Leben soll ein Leben der Liebe sein. Und der Name Jesus hat Kraft. Ja. Ja. Jesus. Im hebräischen Jeschua. Übersetzt ins Deutsche heißt es eigentlich, Gott rettet. Der Retter. Und er hat wirklich Kraft. hat Kraft. Hat Kraft, Dämonen auszutreiben. Hat Kraft, von Süchten zu befreien. Hat Kraft, Kranke gesund zu machen. Und hat Kraft, in Liebe Christus zu dienen und unseren Nächsten. Die Liebe zu leben. Ja. Amen. So, und jetzt kommt noch ein weiteres Lied. Das ist ein Lied, das habe ich auch am Anfang, als ich dann zum Glauben kam, auch immer sehr gerne gehört. Bis dahin in dem Lied, da singt man R. Und ich würde sagen, ja, in der ersten Strophe gut. Aber in der zweiten Strophe sollte man das R austauschen mit Du. Und dann in Anbetungsform gehen. Dann machen wir hier ein neues Lied hinein. was. Jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb-jeb. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, sie reicher Herr. In my way, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wund. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, sie reicher Herr. In my way, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wund. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr, Artgeber, wunderbar, ewige Frauzeit. Die Herrschaft ruft auf seinen Schultern, und seines Friedensreis wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, sie reicher Herr. In my way, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wund. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahrt, Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahrt, Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahrt, Jesus, höchst der Name, teuer und löse. Sie reichen her, Emmanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Jesus, höchst der Name, teuer und löse. Sie reichen her, Emmanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr. Abgeber wunderbar, ewige Vater. Die Herrschaft blut auf seinen Schulden und seines Friedensreis wird kein Ende sein. Jesus, höchst der Name, teuer und löse. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr. Und seines Friedensreis wird kein Ende sein. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr. Er ist der Friedefürst und der Allnächstgefahr. ja ein sehr schönes lied also wie gesagt ich würde empfehlen dass man der anfang immer mit er und seines königreichs wird kein ende sein und dann fängt man an in anbildungsform zu gehen du bist der friede fürst und der allmächtige gott und deines königreichs wird kein ende versteht und das wirklich von herzen und herzen ja hier der ersteller dieses liebes hat das hat wohl zweimal das gleiche lied nebeneinander zusammen gemacht ja dennoch ist sehr schön ein sehr schöner song und so segne dich und so segne uns der allmächtige gott der himmlische vater und sein sohn jesus der christus im heiligen geist im namen jesus amen und so gott will und wir leben zum nächsten mal bye bye Vielen Dank.